Hier ist Electric Drive. Was für ein Geschoss. Heute sprechen wir über das neue Tesla Model S in der Plate Plus Edition. In 2,1 Sekunden auf Tempo 100. In unter 9 Sekunden schafft man die Viertelmeile. Dafür stehen drei Hochleistungsantriebe bereit mit einer Systemleistung von über 800 kW, also über 1100 Pferdestärken. Die Reichweite soll auch bei über 840 km liegen und die Höchstgeschwindigkeit? Tempo 320 kmh. Und damit hallo und herzlich willkommen auf Electric Drive, dem YouTube-Kanal zum gleichnamigen Printmagazin. Der Innenraum ist über jeden Zweifler erhaben. Endlich kann man auch mit einem Lenkrad wie bei Knight Rider fahren. Ein Premium-Audi-System mit 22 Lautsprechern und aktiver Geräuschunterdrückung, das speziell auf den ultraleisen Innenraum eines Teslas abgestimmt sein soll, ist auch verbaut. Drei Bildschirme, darunter ein neigbares 17-Zoll-Display in der Mitte, ein HD-Display vor dem Fahrer und ein hinteres Display, das Medien, Spiele und Klimatisierung für die hinteren Passagiere ermöglicht. Denen fehlt dann nur noch das Lenkrad als Controller. Die Spielekonsole mit 10 Teraflops, Rechenleistung und WLAN-Kompatibilität ermöglicht Spiele von jedem Sitz aus. Der Tesla S verfügt über beheizte Sitze für jeden Passagier, über ein beheiztes Lenkrad und für die besonders kalten Wintertage auch über einen cleveren Wischerblatt, Entfroster und Waschdüsenheizung. Das sind Features, die bei großen deutschen Herstellern schon mal wegrationalisiert wurden. Belüftete Vordersitze verhindern verschwitzte Kleidungsstücke bei sommerlichen Temperaturen, während die unsichtbare Innenraumbelüftung mit Dreizungen-Temperaturregelung für ein Wohlfühlklima sorgen dürfte. Der HEPA-Luftfilter verhindert das Eindringen von Bakterien, Viren und natürlich auch von unangenehmen Gerüchten in den Innenraum. Und das getönte Glasdach mit UV- und Infrarotschutzschicht bringt viel Licht in den Innenraum. Platz für Kind und Kegel. Für das Gepäck stehen 793 Liter Stauraum inklusive sicherem vorderen Kofferraum, auch Frank genannt, zur Verfügung. Und neben den sportlichen Fahrwerten gibt es auch noch einen Autopiloten. Dieser ermöglicht das automatische Lenken, Beschleunigen und Bremsen unter Berücksichtigung von Fahrzeugen und Fußgängern auf der eigenen Spur. Wie wäre es mit einer automatischen Fahrt auf Autobahnen von der Ein- bis zur Ausfahrt einschließlich Autobahnkreuzen und das Überholen von langsameren Fahrzeugen? Wie wäre es mit einem automatisch unterstützten Spurwechsel auf der Autobahn? Parallel und rechtwinklig einparken kann er auch und wie bei Knight Rider kann man das Fahrzeug auch einfach herbeirufen. Die Anhalte- und Anfahrautomatik erkennt Ampeln und Stoppschilder und in naher Zukunft soll das Tesla Model S noch mehr können. Die Updates und Upgrades kommen ganz einfach over the air, bezahlt wird per Kreditkarte. Ob und wann alle Features hier in Deutschland verfügbar und erlaubt sind, ist derzeitig aber noch nicht bekannt. Wo ist der Knackpunkt? Das Modell wird voraussichtlich erst Ende 2021 ausgeliefert. Einige Daten sind auch nur geschätzt und der Preis liegt in Deutschland bei mindestens 139.990 Euro. Was sagt ihr zum Model S? Schreibt es uns in die Kommentare. Das war Electric Drive. Bis zum nächsten Mal.